Hallo und herzlich willkommen bei Part-Time Insane, bei der lustigen Aufnahme. Der lustige Gefängnis ausbruch. Oh, ja, keine Waffe hier, also ich finde ich ja diskriminiert. Die Skrisseme. Die Skrisseme. Die Skrisseme. Die Skrisseme. Was denn? Warum spricht? Ich könnte Holz hacken. Let's chop some wood. Das Spiel ist so lächerlich. Just gotta open the hood. Lass es jetzt mal. Wir brauchen Sprit. Ja, ohne Sprit geht das auch nicht, gell? Schau dir das Loch, startet den Rekern. Hey. Ja, ich muss, ich kann, ich kann nur ins Loch schauen. Und Hofeisen werfen. Was? Was ist denn da? Na, ich muss es höher machen. Das ist ja Wahnsinn. Blöder Saftsack da hinten. Ich werde mich aufregen, wenn ich spülen gehe. Oh, das ist eine Katja. Hi, no. Oh! Was ist das? Das ist normal. Jetzt kommt gleich die GEMA und wir verklappen. Wir sind jetzt schon im Haus? Was macht der Erdlitter hier? Die Polizei! Die Waffenladen! Oh, er hat mehr Waffen. Ja genau, der Kerl fährt. Mit ich. Wieso muss ich hier? Ich will nicht fahren. Ich will auch nicht fahren. Das Schlimme ist, ich habe voll verdrängt, wie ich bei der letzten Aufnahme gefahren bin bei dem Dings. Ich habe es einfach vergessen. Es war so traumatisierend. Jetzt laden wir mal. Ja, aber die GEMA Angst haben wir. Ja, bloß hier mit Nintendo. Ja, das war die Eigeninterpretation. Interpretation? Interpretation. Da können sie nichts machen. Ja. Hey, basic! We've got cops coming! Step on it! Step on it! Ja. Ich bin immer wieder los. Da sind wir jetzt noch. Ja. Hier haben wir wieder. Hier sind wir wieder. Hold on back there! Just focus on driving there! Yeah, baby, yeah! Au! Oh, da kam auch so gegen! Hahaha! Das ist ja einfach! Oh, 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 oh! Hey! 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 Wir schaffen das! Ich bin wohl nicht happy, ey! Ich leb noch! Das war ne Kaltmetallverformung! Also ne Klassische! Oh, shit! This is gonna be tight! That was a close one! Au! Kommst du her! Ja! 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 Ja, ja! Ich muss nachladen, sorry! Ich muss nachladen, sorry! Was ist denn du denn? Ich hab keine Ahnung Das ist ein Scheißdreck! Lieg in die Luft! Jetzt nicht immer hier! Frampel, das ist nicht nett! Auto brennt! Hör mal auf, ey! Es ist ja auch nicht einfach! Oh, da kommen immer mehr! Wie viele Tops gibt's denn in diesem Scheiß? Wie ist das hier? Oh, wie ist das hier? Oh, wie ist das hier? Oh, wie ist das hier? Ich bin jetzt hier! Oh, das ist jetzt so schön! Oh, wasser ist das? Ah, wie ist das? Oh, wasser war das? Das ist so, wasser Entkommen! 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 Du drück' ich eigentlich X? Ich weiß nicht. Warum schieb' ich hier? Du bist der Jüngere! Weil ich paddeln muss, an der Sack! Wahrscheinlich paddeln ich jetzt, mache ich alles nicht hier. Warum schießt eigentlich wir von so langsam wie wir wegfahren? Ich habe keine Ahnung, aber die beiden paddeln! Wir paddeln, wir paddeln, wir paddeln, wir paddeln! Ich bin echt schlecht im Kammut! Ich bin echt schlecht im Kammut! Ich bin echt schlecht im Kammut! Scherks, das sind keine Scherks, oder? Ich habe nicht mehr so ein Scherkschen! Hab ich doch gesagt! Na, we really saw something go! Probably a fish! Ich bin doch von einer Seite! Nein! Ich könnte mich nicht mehr anziehen! Ich würde mich nicht mehr anziehen! Ich würde mich nicht mehr anziehen! Wenn wir gerade fahren, müssen wir da in der Lenkrad rein. Genau. Jetzt musst du zu mir rüber. Ja. Irgendwann rechts. Das hab ich nicht echt mal gemacht. Warum bestimmt sie so nötig? Ja. Komplikieren. Dann fahr mir aber dagegen nicht. Geh ich rüber? Geh ich rüber? Ja. Nein, das wollte ich nicht. Oh. Oh oh oh. Oh. Wir drehen uns gerade. Nella. Hold on. Oh. 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 Nein, nicht, 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 nicht. Gut, dass du jetzt reinbrüllst, alter. Oh. 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 Hast du idle. Oh. rüber rüber bleibt Wir sind noch nicht fertig. Was du für mich? Ja 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 ja! Ja 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 ja! Wir sind wunderschön! Was ist das? Was ist das? Wir sind wieder. Ich bin wieder. Was war das denn? Ich war einmal Kanuten in meinem Leben und danach haben wir noch mal eine Gruppe von Booten gesehen, die alle voll abgefuckt waren und unsere Feuerwehr. Also die Feuerwehr, weil wir 112 als Bootnummer hatten. Ja, tut mir leid, wenn du fährst wie ein Aff. Du never todt mehr, als wären wir jetzt gar unterwegs. Das Gritty Fuck hat andere Plans. Das ist eher ruhig. Ist das ein Mustang? Ein Mustang? Auf jeden Fall ein Muscle Car. Du hast immer Scheiße angezogen. Ach komm, fick dich ins Knie, Alter. Ach, was ist das für ein Hemd, bitte? Es ist ein Hemd. Immer nur meckern, meckern, meckern. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Natürlich ist es. Du kannst immer mir信. Ich bin niemanden, mein Freund. Ich bin jemanden, was ich nicht. Ich glaube, es ist ein Gemüse. In dem ich dachte. Das ist gut. Allein. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden. Oh ja! We gave you fucking business, you fucking fuck-man. Ow! That's how I met your mother. So... What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Yep. Like I said, with or without you, I'm going after him. You... With or without you, oh-ho... I kill him. With or without you. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family is safe first. Of course. Let's go. Let's go. Where are we going? We're going to the Nazi-goreng family. Alright, what are you going to do? I need to know this character. You know what? That's the woman with the 저's teeth. And the child. You know what I'm getting at? If she's getting at me, she's getting at me that, hey Alex. And the child. If she gets at me. Don't go too far, Alex. Ja, schmeißt du einfach die Zeitung auf den Boden? Was bist du für ein Saftsack, ey? Du der Scheiß hier. Hä? Du. Ja, sicher. Wie ist das? Wie ist das, dass du und deine Frau zusammenst? In diesem Bereich arbeiten? Wir haben immer zusammengebracht. Sie weiß mich besser, dass ich selbst selbst. Ich war 12. 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 Du kannst sagen, dass meine Eltern keine Arbeit gemacht haben. Entschuldigung, dass du das hörst. Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht. Außerdem, ich war Glück genug zu haben, Linda zu haben. Sie war verrückt. Du weißt, dass wir uns zusammengeholt haben. Wir holen die Eicke, die Cigaretten und die Scheiße. Es war immer uns gegen die Welt. Es ist noch immer. No matter what. That's just how it is. Is this the way it is? Sounds great. Ich bin Kautartig. Ja, ist es? Trailer Park, girls. Das hat Trailer Park Boys, oder? Ich glaube. Ich glaube, es gab eine Serie Trailer Park Boys. Das war irgendwie... pretty trash. Das war eine Frau und ein Mädchen. Es war eine Frau und eine Frau. Mit dieser Größe. Du weißt, wo sie leben? Sie mussten, als ich drin war. Ich erinnere mich. Lass uns mal schauen. Ich vermute. Eine Frau und ein Mädchen. Was ist das denn für eine Beschreibung von meiner Familie? Da ist eine Frau. Ist auch ein Junge? Da ist was. Kann ich schaukeln? Oh, gimme. Das ist ein Talent, Ma'am. Aren't they cute? Ja, aber er war noch sehr angezogen dafür. Willst du noch einschauen? Alter, ey, du bist so geil. Ich hab Paolo. Alter, erst mal Hämmern. Die haben die zwei genagelt, also muss ich aufnageln. Ich will das nicht näher kommen. Hey, Leo. Ich glaube, ich sehe deinen Kind da unten. Ich glaube, ich hab deinen Jungen gesehen. Herr Gizmo, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hallo. Ja, wo bist du denn? Alter, wo bist du denn? Da unten. Wie komm ich da hin? Du musst da durchlaufen. Durch die Dingsbums. Wir könnten Baseball spielen, aber nein, du willst lieber an so einem komischen Metallding rumhängen. Wir suchen deinen Sohn. Ja, 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 ja. Wo bist du denn jetzt? Nein. Da unten. Da, die Rümpfer. Hey, Linda. Over here. Leo. Hey. Oh-oh. Fuck off. Gab's? Ja, und das wird mich überhaupt nicht sehen. Das liegt ja auch fast keiner. Oh-oh. Ja, ja, ja. Immer so. Er hat an den alten gesagt. Goodbye. Bye-bye. Ein wunderschönen Bart hat der Mann hier. Ich? Ja. Voll. Ich hab da nicht drauf geachtet. Aber wenn du es sagst. Du bist ja der Bartmann-Hundschwein. We should be fine. Alright. Dein Bartmann. Ahahaha. Unfastbois Bartmann. We good? Of course we are. You okay? Yeah, yeah. I'm fine. Good. Hey, Alex! Look who's here! Alex! Gut! Lass dich stehen und komm mit mir! Frau. Willst du mir jetzt meine Frau ausspannen? Ist das? Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass er ein bisschen schwer ist. Komm, ich... ...mr... ...Pupu. Ich bin sicher. It's my bike. Ach komm, jetzt haust du ab durch die Piste? So ein Baumhaus. Bist du jetzt statt mir zu meinem Jungen? Ich habe keine Ahnung, ich laufe einfach rum. Ich bin nur ein Gedite, ich habe hier nicht viel zu tun. Ja. Hey, ich kann deine Hilfe benutzen. Kannst du etwas für mich holen? Nein. Ach komm, Kind. Hier können wir verdammt viele Spiele zusammenspielen, merke ich. Wir hätten nämlich auch Dingsboos spielen können, Baseball. Hey, schau, dein Sign ist gebrochen. Warum kommst du runter und helf mir das? Nein? Alright. All right. Don't worry, I'll fix it for you. Let's see. I think I'm going to need a hammer. I need a hammer to fix this. I need a hammer to fix this. There's got to be a hammer around there somewhere. Ja, das war gut. Ich bin nicht fokussend heute. Ja. Ja. Wo stößt sie so? Es ist nur Pfeile werfen. Hallo, Kater. Ich habe nur geschlafen. Ist der Großer? Blendet mich da einfach aus. Jetzt bin ich nicht in Ordnung. Ich liebe dich, Kater. Ich liebe dich. Ich liebe dich so. Ich liebe dich sehr. Ich liebe dich sehr. Vielleicht sollten wir in der nächsten Folge weiterspielen. So sieht alles in der nächsten Episode weiterspielen aus. Du hast doch das gesehen, Alter. Komm. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.